Und wir machen noch die 35 Unterbringungssatzung. Ein Redner ist mir gemeldet, Herr Pinkert, Ihr Auftritt. Tja, das ist das Problem, wenn man in der letzten Stadtratssitzung eine Satzung aufhebt und die neu beschließt. Deswegen muss man das jetzt noch schnell machen. Also, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte neue Fraktionen, Dissidenten, da wollte ich noch euch begrüßen. Und ich hoffe, ihr seid auch dann wirkliche Dissidenten und eiweiwei, würde ich sagen, das passt. Oder seid ihr einfach nur aus dem rot-grünen Lager mitströmte. Ansonsten mal nachlesen, was Dissident eigentlich bedeutet. Wir sollen am heutigen Tag nochmals die Neufassung der Satzung zur Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen beschließen. Wie schon in der ersten Runde werden wir auch diesmal nicht zustimmen. Wir sind der Meinung, dass eine gemeinsame Satzung für die unterschiedlichen Bedarfsgruppen nicht korrekt ist. Korrekt wäre eine Satzung für Obdachlose und Wohnungslose. Eine Satzung für Asylbewerber in laufenden Asylverfahren und Aussiedler. Und eine Satzung für anerkannte Asylbewerber und Personen mit Rechtsanspruch auf Unterbringung aufgrund Asylbewerberleistungsgesetz. Eine Vermischung wird wahrscheinlich zum Nachteil einiger Bedarfsgruppen führen. Interessant ist die Berechnung der Unterbringungskosten. Während bei den Obdachlosen eine Kostenrechnung strikt getrennt nach Unterbringungseinrichtungstyp erfolgt, wird bei den anderen Bedarfsgruppen ein Mittelwert gebildet. Würde bei den Personen, die Anspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz auch eine solche Kostenrechnung erfolgen, sehen die Zahlen ganz anders aus. Hier wären die Kosten der Unterbringung ohne Wohnung bei 6,5 Millionen Euro und knapp 600 Plätzen. Dies würde Kosten pro Platz von rund 900 Euro pro Monat bedeuten und nicht wie ausgewiesene von 520 Euro. Hier wird auch nicht ausgeschlüsselt, wie viele Wohnungen aus Belegungsrechten, aus dem freien Wohnungsmarkt stammen und aus was diese kosten. Hier weisen wir nochmals darauf hin, dass die Wohnungen mit Belegungsrechten vorrangig für sozial benachteiligte Bürger vorgesehen sind und diese demzufolge zweckentfremdet werden. Auch die hohe Anmietungsquote von Wohnungen durch die Stadt Dresden wirkt sich negativ auf den Mietmarkt, insbesondere im unteren Marktsegment, aus und fordert zudem die Entstehung von sozialen Brennpunkten. Oder anders ausgedrückt, wir brauchen keine Schaffung von sogenannten sozial abgehängten Ghettos. Das haben sie gestern selbst hier beschlossen, sie wollen Wohnungen zurückkaufen. Sie wollen Belegungsrechte weiterhin fördern. Sie wollen weiterhin dies und jenes, tun die Wohnungen aber zweckentfremden und beschweren sich darüber, dass der untere Mietpreismarktsegment für den Normalsterblichen, der eine normale Wohnung sucht, der nicht gerade irgendwie bedürftig ist über Hartz-IV-Leistungen oder Sonstiges, relativ dumm aus der Wäsche guckt. Die andere Sache ist die, eigentlich wäre ich schon fertig, aber ich habe nur noch Zeit, die andere Sache ist die, wenn man nämlich genau nachrechnet, wurde hier nicht in dieser Vorlage nicht klargestellt, wie die Zahlen zustande kommen. Natürlich ist ein Mietpreis pro Tag von 21 Euro pro Obdachlosen eine absolut unreelle Zahl. Warum ist das so ganz einfach so? Weil der Standort wird gerechnet, zuzüglich der Sozialpfleger, die sich darum kümmern, um diese Personen, diese aber nicht vollständig ausgelastet sind, demzufolge ist die Auslastungsquote eine komplett andere als diese, die ich habe, wenn ich Wohnungen für andere besondere Bedarfsgruppen anmiete und diese vollständig auslaste. Daher finden wir diese Durchmischung der besonderen Bedarfsgruppen, die jeder gesondert betrachtet werden muss, eigentlich nicht gut. Daher können wir dieser Vorlage nicht zustimmen. Danke. So, wird weiterhin das Wort gewünscht, das sehe ich nicht. Ach doch, Entschuldigung, Entschuldigung. Frau Barker, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das wollte ich jetzt ungern als letzten Redebeitrag dieser Sitzung hier stehen lassen. Ich denke, was ich jetzt vor allem rausgehört habe, ist, dass die AfD die Partei des Bürokratieaufbaus ist und gerne für sämtliche Bereiche eine eigene Satzung einführen möchte. Das ist Unsinn, aber bei diesem Top 35 kann man einfach mal ganz nüchtern betrachten und trocken betrachten, worum es hier eigentlich geht, nämlich die Neufassung der Satzung für die Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen. Es gab mal getrennte Satzungen, einerseits für den Bereich Wohnungslose, einerseits für den Bereich AsylbewerberInnen. Das hat sich als nicht praktikabel erwiesen, würde deswegen zusammengeführt. Was Sie hier alles hineininterpretiert haben, kann man aus der Satzung in dieser Form nicht rauslesen. Es ist einfach nur ein Instrument zur Handhabung und genau so simpel sollte man es auch betrachten. Noch eine Ergänzung. Die AfD hat ja im Übrigen vorgeschlagen, 10 Millionen Euro mehr auszugeben für die Wohnkosten von AsylbewerberInnen. Das war ja so Ihre Idee. Das findet hier nicht statt. Und es ist, ja, es handelt sich tatsächlich nur um eine Satzung, wie Wohnungen, Wohnheime, Einrichtungen geführt werden, bezahlt werden, wer wo wohnt etc. So trocken ist das Ganze. Also da kann man nicht die ganzen Punkte reininterpretieren, die Sie hier noch genannt haben. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen. Herr Hannig, bitteschön. Ja, aber das Prinzip kann ich das jetzt hier nicht so stehen lassen als letztes Wort, genau wie Sie. Deswegen habe ich mich noch mal gemeldet. Ich finde, die AfD hat das Recht, so eine Meinung zu vertreten, wie sie hat, und auch solche Anträge zu stellen. Und Sie müssen sie nicht belehren. Die wissen schon selber, was sie tun. So, können wir jetzt zur Abstimmung schreiten? Herr Pinke. Ja, also grundsätzlich ist es ja so, ich habe ja gesagt, die verschiedenen Kosten. Und das Problem ist natürlich auch, dass ich die unterschiedlichen Personenkreise zusammenfasse. Und es wird damit auch eine andere Tür aufgestoßen. Nämlich die, wenn ich Plätze, die im Moment für diese Personengruppe, Obdachlose oder im Moment Obdachlos gewordene durch Brand oder Sonstiges, mit ein Beziehen, eine Satzung mit den anderen, kann ich durch Strick 17 auch auf die Belegungen zurückgreifen, wenn ich diese benötige für andere Bedarfsgruppen. Und die nette Frau hat ja gerade was gesagt. Das ist aber ein ganz anderer Antrag, wo sie sagt, 10 Millionen will die AfD für Asylbewerber ausgeben. Da muss sie genau den Antrag durchlesen. Der steht hier noch nicht zur Debatte. Da wäre ich mich dann später gern dazu äußern. Danke. So, damit schreiten wir zur Abstimmung. Es gibt einen... Geschäftsordnungsantrag. Bitte schön. Weil ich denke, dass wir heute hier schon genug Rassismus gehört haben und der hier einfach keinen Platz haben sollte, beantrage ich jetzt Ende der Debatte. Ende der Debatte ist beantragt. Gibt es Gegenrede? Gegenrede Herr Schollbach. Die Beigeordnete für Soziales, die zuständig ist, hat sich mehrfach gemeldet, um eine Stellungnahme abzugeben. Ich möchte darum bitten, dass wir die Stellungnahme der zuständigen Beigeordneten noch hören dürfen. So, es ist Ende der Debatte beantragt. Das ist abzustimmen. Wer für Ende der Debatte ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? 35 Ja, 28 Nein und zwei Enthaltungen. Damit wäre die Ende der Debatte zugestimmt. Wir kommen damit zur Abstimmung. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Das entscheide ich, wenn die Verwaltung spricht. Und ich rufe Sie zur Ordnung oder Sie gehen nach Hause vorzeitlich, wenn Sie sich jetzt nicht dran halten. Herr Schollbach, es reicht. Wir kommen zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Und wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Nein. 49 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen. Damit wäre das so geschlossen. Wir hätten diesen Punkt noch absolviert. Ich bedanke mich, dass wir eine Viertelstunde überziehen konnten. Und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, ein gutes Wochenende. Und wer will, kann draußen beim Picknick-Konzert bestimmt vorbeischauen. Das Erste, was es dieser Größenordnung in Deutschland wieder gibt, hier in Dresden. Vielen Dank.